Raghupati. Raghupati ist der Herr der Raghus, sein Beiname von Rama. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Multimedia Sanskrit Lexikon. Mein Name ist Sukadev, Gründer von www.yoga-vidya.de und ich gebe viele Vorträge über verschiedene Sanskrit Begriffe. Das sind die Serie der Sanskrit Wörterbuch Vorträge. Etwa 2000 Vorträge über die wichtigsten für Yoga Sanskrit Begriffe. Heute geht es über Raghupati. Raghupati ist ein Name, den man oft hört in Kirtan. Zum Beispiel Raghupati Raghavai Raja Ram, Patita Paranasita Ram. Raghupati, einer der vielen Beinamen von Raghurama, also von Rama. Pati heißt Herr, Pati heißt Meister. Raghu ist zum einen der Name eines großen Königs, eines der ganz großen Könige aus der Sonnendynastie, der in der Ramayana beschrieben wird. Und seine Nachfolger, seine Nachkommen werden auch als Raghus bezeichnet oder auch als Raghavas oder als Raghukulas. Und der, zur Zeit von Rama, der wichtigste der Raghus, das war eben Rama. Und deshalb heißt er Raghupati. Er war der Herr aller Raghus. Er war der Meister aller Raghus. Er war der wichtigste aller Raghus. Mehr Informationen über Rama und übrigens auch dieses Lied zum Anhören findest du auf unseren Internetseiten auf www.yoga-vidya.de. Dort kannst du eingeben Rama in das Suchfeld oder auch Raghupati, vielleicht noch Raghupati und Raghava. Und dann findest du dort einige Lieder, einige Kirtans als Video, vielleicht auch als Audio und als Text.